Ah, schon am Ende. Alles ist nass. Aber ich bin die Feuerwehr. Tolle Feuerwehr. Ach, wir sind wieder im Abfall. Ich hab was gefunden. Ja, aber wir können ihn nicht weitermachen. Hat geschlossen. Wir sind außerhalb der Geschäftszeit. So, dankeschön. So. Cool, man kann ja kombinieren. Stimmt. So, ich hab's nicht mehr geholfen. Okay, ich hab's nicht mehr geholfen. Boost. Danke schön. Oh, ein Cycling-Town. Echos! Ja. Ja. Oh, ein Cycling-Town. Ich vermisse Öko. Ich glaub, wir haben ihn zur Offen umgebracht. Ja. Ich hätt ihn gerne noch einmal gesehen. Oder zweimal. Ich glaub, einmal gesehen. Einmal. Wir konnten vorher zurückgehen. Quick save. Ja. 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 Gott, sind die motivierend. Na, ich bin es. So, aber endlich wieder. Das hier. Das hier. Du kannst dich mit Tod heilen, ne? Geht viel besser. Tschüss. Alter, alter Tag. Oh, das ist los. Oh, ho, ho, ho. Was ist los? Oh! Wo ist es los? Ah! Wo ist es los? Oh! Wo ist es los? Oh! 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 Okay, mit einem Spell! Oh! Boost! Ich soll hier nicht festen. Warum hast du eigentlich keinen Meinung zu können. Anfangen. Mag man nicht weg. Oh! 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 was ich reinbekommen dann tatsächlich. Ne, dass ich mich afarals. Habe ich jetzt gerade 160 oder sowas gehabt. Ach, ich glaube nur... Oh, das ist ein Satisfierter. Wer ist der Krug? Das ist eigentlich cool. 27. Und so weiter Man of Spain! Oh, ein Schaden, der durch das Gewitter schluckt Oh nein! Das Herzchen! Das Herzchen! Siehst du das Herzchen? Wieso kann ich kein Schild machen? 20.000 Schaden Alter, wir müssen hier die Enden kaputt machen Ich kann keine Schilder mehr machen Ich kann keine Schilder mehr machen Okay Ah, Unterbrecher Unterbrecher Äh... Das ging Okay Totsteinschild Totsteinschild Aber dann lass erst mal rechts lang Was ist das denn? Nein Wobei, wir können doch alle Barrieren erstmal kaputt machen Die geht sowieso nicht, ne? Sicher? Ich sollte vielleicht mitkommen Das müssen alle Barrieren kaputt machen Oh 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 Ich bin da Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe Oh Ich weiß nicht, was sie so lange braucht Das ist schon Scheiße Ich weiß nicht, was sie so lange braucht Vielleicht gibt's ein Achievement. Hans Frosk war da wieder! Dovakin! Hier ist Skyrim, ne? Dovakin, muss ich mal sagen. Ihr seid hier? Das ist glaub ich auch ein Drache an der Wand. Und Hangman! Eis plus Feuer gleich? Gar nix. Das ist die philosophische Frage. Aber guck mal daneben, das ist doch in Drachensprache Hangman, oder? Ja, Drachensprache. Das ist ja allgemein diese Sprache, oder? Ja, ist das Drachenreferät. Ah, wir können die retten! Die Tür hat mir immer keine Chance. Ich bin über Ruhe. Wir müssen doch mit dem reden. Gibt's Öl als Element? Mach mich her! Haha! 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 Verdamm! Aha! Aber mich hier übrigens muss irgendwas einfallen. Wir waren da sehr verstörend. Wir waren da sehr verstörend. Ich kam nicht vorbei ohne wegzusehen zu werden. Bananarama! Oder unten! Wir gehen immer den richtigen Weg. Das ist das Traurige. Wir gehen immer den richtigen Weg. Das ist dein Leben. Wir gehen immer den schwein. Wir gehen immer den schwein. Ich hab's schon bereit! 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 Guck mal, ich wusste dich noch nicht mal töten! Ja, ich wusste! Ja, ich wusste! Der Zwerger hat sich gerade ein Sniper gedrängt! Nein! Ich hab's vielleicht getroffen! Doch! Oh! Ich hab's schon gebraucht! Jetzt sagt der, der mich immer wieder home-katapultiert! Ich bin kein Spielzeug! Ach, ich hab vergessen, dass ich auch gar keinen Port mehr hab! Ich hab's schon gebraucht! Ich hab's schon gebraucht! Ich hab's schon gebraucht! Das ist gut! Michi, was warst du denn da mit dem Schaden? Ja, das sind auch meine, ne? Ja. Aber das ist ja dann mit dem Schaden. Und was ist selbst Schaden? Boah, du bist gut. Du bist der Schaue. Jump! Nächster! Ich würde mich eh von der Tür erschlagen. Guck, mein Käse tippt dich. Was? 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 Warum bin ich? Weil du mein Schnabbeltier bist. Was? 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 Was ist ja dann? Was? 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 Vielen Dank.